so wie weg dann mache ich fertig das hast du das hast du fast jede runde und hat es jetzt glaube ich einmal jetzt geschafft diese runde so das heißt wir können nur auf marcus wetten der gewinnt das ja sowieso ich weiß nicht kann mich nicht entscheiden wie viel zeit hat 22 sekunden gut ich habe keine ahnung welche sache ich habe okay der krieger ist sogar meine farbe ich bin beeindruckt alle haben den krieger genommen also auf dass wenn der amt wieder baby rammt das letzte mal das retten geworden weil er dann erstmal aufgeräumt hat am anfang weiter also richtiges kopf-um-kopf werden hier ich war schön dabei aber wollte da zu viel baby baby hat den voll weg gescheppert so bremst man das war keine absicht ich bin über zwei draus gedrückt worden dankeschön für sich alle sind sie und kein fetter jetzt von alleine weg ich habe aber ich habe auch das mario kart gegen gewonnen am an genau weil die sich leidweg geschossen habe ich wegfahren konnte vorne hallo oha wenn was ist denn da los ich mache das was baby gemacht leute wegkommt ich habe doch nicht schon wieder die alte steht auf meiner abschließliste die hole ich mir jetzt aber mich tut sie ne macht ihr mal dahinten soll mir persönlich recht sein gerade bei dir habe ich angst in meiner nähe die baby ist ganz schön da dran das gefällt mir nicht sorry aber das wollte ich nicht ich habe angst halte heute ab von mir alter baby da ernsthaft war mir klar dass sie mich alle abschließt ich habe die scheiß punkt verpasst ich war erst da weißt du wenn sie nur rammen können auch mal die ersten werden die lassen sollen ich hoffe erst blöde man nein alles gut das ist trotzdem als sie blöde man kann ich habe die gleiche farbe ne ok drehe dich jetzt selber raus wenn wir machen das jetzt hier geordnet ne wenn ich sage ich sage aber er gibt es sogar zu und So, Baby, auf ein neues, wir beide. Was du auch immer machst, ne? Ich glaube, das war jetzt das vierte Mal, dieses Rennen sich abgeräumt wurde. Ich habe das Gefühl. Nee, Baby kam von links komplett reingeschutzt. Ja, weil ich jemand gekickt hatte, sich rein. Ich weiß nicht, wer Roby ist. Das war eine Kante gefahren und ist abgehoben. Nö, der Baby ist abgehoben. Er kann nur so gewinnen. Ich habe ihn nicht gerammt. Doch, hast du. Nein, ich bin vorher eingeschlagen geblendet. Hä, du hast mich noch an der Seite erwischt, sodass ich nicht auflenken, die mir aufmachen musste. Das heißt, ich war erst da zwei Runden vorm Ende und bin dann abgeschlagen. Letzter am Ende. Ich war erst da. Ja, ich war nach vier, fünf Sekunden weg vorne und alles drum und dran. Wird dann einfach weggeraumt. Hier? Dann habt ihr auch die ganze Zeit zum Minimum. Von dir? Von dir war das Sven. Ich sag ja, du kannst auch nur die Rennen gewinnen. In denen die Leute wegschießt. Hä? Aber guck mal, Käfer hat sogar die beste Runde und die schnellste. Ja, bringt mir ja nichts, wenn ihr trotzdem letztes Jahr was weiß, hat man da weggeschossen ist. Ich glaube, dass ich den Bewertungssystem hat Kevin auch noch nie so wirklich verstanden. Das habe ich auch schon gesagt. Das ist gerade sogar der Kevin-Gebiet-Ambilzension. Alles gut, ich bin da locker. Ja, bist du. Mittlerweile musste ich auch. Das ist zu viele Punkte. Ja, das Gebrache ist, wenn das Gebrache. Oh, nee.